Los geht's! Leute, heute möchte ich ein bisschen über die logarithmische Wachstumskurve von Bitcoin reden, denn diese logarithmische Wachstumskurve zeigt uns jetzt ziemlich gut, welche Level nach oben und nach unten hin respektiert werden. Aus diesem Grund möchte ich mir das Ganze heute mal ein bisschen mit euch anschauen und natürlich reden wir auch über Bitcoin generell und auf einem kürzeren Zeitrahmen. Und damit, willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und vor allem aktiviert die Glocke. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema weitermachen, möchte ich euch noch eine Sache vorstellen und zwar, falls ihr Französisch sprechen könnt, auch nur ein kleines bisschen, dann habe ich hier eine super Gelegenheit für euch. Jeden Montag machen wir nämlich einen Giveaway auf unserem französischen Channel. Also, ich packe den Link einfach mal unten in die Beschreibung unter dem Video. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal auf unser eigenes, wöchentliches Gewinnspiel aufmerksam machen. Also, wenn ihr 75 Dollar in USD Tether gewinnen möchtet, dann ist alles, was ihr dazu machen müsst, dieses Video bis zum Ende schauen. Irgendwann im Laufe des Videos wird eine Frage auftauchen. Diese gilt es dann in den Kommentaren zusammen mit eurer Binance Chain Adresse zu beantworten. Wenn ihr dann den Kanal abonniert habt und die Glocke aktiviert und das Video auch noch mit eurem Freund geteilt habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Dann lasst uns mal direkt mit Bitcoin starten und zwar auf einem kürzeren Zeitrahmen. Man kann hier also sehen, dass von diesem Bereich an, genauso wie wir die ganze Zeit über gesagt haben, dass wir hier diese Moving Averages haben, die den Preis nach unten drücken. Und wie man sehen kann, ist das dann genauso auch passiert. Soweit so gut. Momentan läuft auf jeden Fall alles, was wir sehen, nach Plan. Und eventuell werden wir es irgendwann schaffen, hier durchzubrechen. Aber jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. In diesem Moment wird der Preis hier nach unten gedrückt. Aber wir werden bald einen entscheidenden Punkt erreichen. Wir werden nämlich von diesen Moving Averages nach unten gedrückt auf dem 4-Stunden-Chart. Also diese Aneinanderreihung von Widerständen direkt bei der blauen Linie. Und nicht nur das, wir können auch sehen, dass wir mittlerweile sogar unter den 50er Moving Average gegangen sind. Wir befinden uns also im Moment unter all den Moving Averages und diese drücken den Preis nach unten. Gleichzeitig, wenn ich diese mal wegnehme, dann können wir sehen, dass wir perfekte Unterstützung bei der orangenen Linie gefunden haben. Was wir jetzt also sehen können, ist, dass Bitcoin zwar diese Preislevel respektiert, aber der allgemeine Trend, der drückt den Preis nach unten. Das Ding ist jetzt also, wir sind kurz davor, einen Knackpunkt zu erreichen. Denn diese Linie hier, die muss halten, also 30.000 Dollar. Ich denke, dass das eine unfassbar große Unterstützung für uns sein wird. Das Ganze bedeutet jetzt also, dass wir in Zukunft einen Trendwechsel sehen müssen. Entweder werden wir jetzt also einen Breakout sehen und wir haben dann einen bullischen Trendwechsel oder aber wir werden nach unten durchbrechen und hätten einen bärischen Trendwechsel. Im Grunde genommen kann man jetzt also sagen, dass Bitcoin sich zwischen Hammer und Amboss befindet und sich das Ganze jetzt anzuschauen in der Zukunft wird ziemlich interessant sein. Wie immer werde ich euch über all das auf dem Laufenden halten, aber wenn ihr mehr Informationen darüber haben möchtet, warum wir nach unten gegangen sind und warum wir bald eine riesige Bewegung sehen werden, sobald der Preis bis auf 30.000 Dollar runtergegangen ist. Falls wir bis auf 30.000 Dollar sinken, meine ich, wir müssen nicht so tief sinken, bevor wir einen Trendwechsel sehen können. Was ich jetzt damit meine ist, dass das der Zeitpunkt sein wird, wo wir spätestens einen Trendwechsel sehen werden. Wenn die Moving Averages jetzt weiter den Preis nach unten drücken und wir weiterhin diese riesige Unterstützung haben, dann wird einer der beiden nachgeben müssen. Wenn ihr jetzt mehr darüber erfahren möchtet, schaut euch meine Videos der letzten Tage an. Bevor wir jetzt über die logarithmische Wachstumskurve von Bitcoin reden und auch über die Levels, die wir uns anschauen müssen, wenn wir diese riesige Bewegung sehen werden, dann möchte ich nochmal über diese Sache hier reden. Das Ganze gibt uns nämlich auch einen Hinweis darauf, wann wir den Trendwechsel haben werden. Man kann hier auf dem RSI sehen, dass wir hier diesen Downtrend haben. Wir haben hier ganz klar einen Widerstand, der den RSI nach unten drückt. Was meiner Meinung nach jetzt also wichtig ist, sich hier bei dem RSI von dem Tageschart anzuschauen, ist, wir müssen nach Divergenzen suchen. Bei einer Sache wie diese hier ist es nämlich ziemlich wichtig, sich die Divergenzen anzuschauen. Also, auf jeden Fall halte ich euch über all das auf dem Laufenden. An dieser Stelle würde ich gerne mal von euch erfahren, was denkt ihr, wo sehen wir als erstes einen Breakout? Sehen wir als erstes einen Breakout aus dem RSI-Downtrend oder aber doch eher beim Bitcoin-Preis? Schreibt mir die Antwort einfach mal zusammen mit eurer Binance-Chain-Adresse unten in die Kommentare und wenn ihr dann den Kanal abonniert und vor allem auch die Glocke aktiviert habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Dann lasst uns mal über die logarithmische Bitcoin-Wachstumskurve reden und wir sind hier auf dem Tageschart. Und das hier ist der Bitcoin-Preis seit seiner Entstehung. Schauen wir uns das Ganze mal an, dann sieht man, dass das Level hier oben perfekt respektiert wird und auch auf dem Weg nach unten wird es perfekt respektiert. Aber wichtig dabei ist zu verstehen, dass das Ganze retrospektiv erstellt wurde. Was hier jetzt also gemacht wurde ist, man hat sich das Ganze angeschaut, wahrscheinlich 2017 und man hat gesagt, okay, wenn man jetzt mal die Spitze von 2017 nimmt und diese mit der Spitze von 2013 und der Spitze von 2011 verbindet, dann sieht das Ganze so aus. Nichtsdestotrotz ist das Ganze ziemlich wichtig zu beobachten, denn wenn man sich das mal anschaut, dann kann man sehen, dass es einige Level gibt, die von Bitcoin gut respektiert wurden. 2011 zum Beispiel kann man sehen, dass wir von der weißen Linie unterstützt wurden, aber was noch viel wichtiger ist, es sieht dann auch aus, als würde die Linie, also diese, die hier direkt unter der weißen dicken Linie ist und das hier sind übrigens alles logarithmische Fibonacci-Level. Auf jeden Fall wurden wir von dieser Linie mehrfach im Bärenmarkt von 2013 unterstützt und auch wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, dann können wir sehen, dass diese Linie mehrfach respektiert wurde. Das Ding ist jetzt, worauf ich mich hierbei eigentlich fokussieren möchte, ist, dass wenn wir einen Breakout sehen sollten, also nach oben oder nach unten, welche Level sind die, die respektiert werden? Auf jeden Fall kann man schon mal sehen, dass wir hier unten massive Unterstützung gehabt haben, bei 28.426. Die nächsten Level für Bitcoin, also für den Fall, dass wir doch noch tiefer sinken sollten, die wären als allererstes mal bei 24.500 Dollar, dann bei 22.100 Dollar und dann ganz unten bei 19.000 Dollar. Tatsächlich stimmt das Ganze jetzt auch mit meinem absoluten Tiefpunkt für Bitcoin überein. Ich bin der Meinung, dass wir auf keinen Fall tiefer sinken werden, auch wenn wir einen riesigen Crash sehen würden. Dann glaube ich nicht, dass wir tiefer als 20.000 Dollar sinken werden. 19.000 Dollar, klar, das wäre auch noch möglich, aber im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass dieser 20.000 Dollar Bereich halten wird. Zumindest ist das Ganze meine Vorhersage für Bitcoin. Wir werden sehen, ob das Ganze stimmen wird oder nicht. Versteht mich nicht falsch, also ich sage jetzt nicht, dass wir auf jeden Fall nach unten sinken werden. Das Einzige, was ich sage, ist, dass sollten wir so einen riesigen Drop von 30.000 Dollar nach unten sehen, dann bin ich der Meinung, dass wir in diesem Bullenmarkt oder in dem Bärenmarkt, egal, wie ihr das nennen möchtet, dann glaube ich nicht, dass wir tiefer als 20.000 Dollar gehen werden. Das ist mein absolutes Worst-Case-Szenario, aber klar, ich sage nicht, dass wir überhaupt sinken werden. Okay, dann lasst uns mal über die oberen Level reden. Und zwar, wir nehmen jetzt mal an, wir flippen die Moving Averages, wir haben den Trendwechsel im RSI. Wir haben also alles und wir haben in letzter Zeit auch über so viele bullische Charts geredet und dass langfristig alles wirklich gut aussieht für Bitcoin. Die nächsten Level, die wir uns jetzt also anschauen müssen, das ist die dicke weiße Linie hier bei 47.600 Dollar, dann bei 57.300 Dollar, was ziemlich nah beim All-Time-High ist und dann 77.000, 88.000, 89.000 und dann hier oben ungefähr 120.000. Ich meine, das Ganze steigt natürlich, diese logarithmische Wachstumskurve. Je länger wir seitwärts gehen, umso höher geht das Ganze. Zumindest laut der logarithmischen Wachstumskurve. Das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann drückt doch mal auf den Daumen nach oben und teilt das Video auch mit euren Bekannten und wir sehen uns dann im nächsten Video.